herzlich willkommen bei einem neuen tag bei dpc building simulator wir heute spielen dieses tolle spiel wir müssen machen pcs wieder ganz jetzt höre ich auf so scheiße zu reden wir haben wieder ohne neue rechner ich könnte kurz noch mal habe ich fünf tage übersprungen jetzt ist das auf der führer clever führer minus clever führer minus haushalt clever punkte ist der führer von clever so diesmal hat mich für diese gehöse nicht verarschen und war gleich dieser grafik hatte aufgerüstet auf 16 gb okay xpd 8 gb 24 und eine 2 80 irgendwas hat er gesagt was er will ich hoffe noch mit roten kabel oh fancy fancy das alte m7 sein ne dc 8 gb 2 4 eine kraftkarte besser ist das haben wir raus gebaut ne 89 ne r 9 2 80 dann kommt jetzt die rein die ist die rutsch besser ja da müssen wir bloß noch ram besorgen so äh ja staubreinigung dafür brauchen wir auch ram 6 t gehöse wunderschön Oh, ja. So... Ähh... Auf acht Gigabyte. Ohne bessere CPU. 1400 ist drin. Da haben wir doch sicherlich irgendwas von Ratio-Farm. CPU. Der ist kaputt. Scheiße. Warum ist der kaputt? Gut. Das ist der gleich, oder? tfos dark red 4 gigabyte und was war es hier noch mal jetzt hast du die bombe aus und dann können wir es besser zeigen oh nein speicher der eine soll auf 8 der andere soll auf 16 das war der ich glaube jetzt nur zweimal und der wollte auf 16 so ganz viele rahmen speicher wo habe ich den bestellt wie sind alle inkompetent als es macht jetzt kommt nicht mehr bei den gramm eingebaut ich habe die cpu vergessen zu bestellen das gibt es doch jetzt nicht ich habe einfach vergessen die cpu zu bestellen warum ich meine diesmal nicht minder werde ich ne ach fertig nachdem haben wir garantiert verlust gemacht äh 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 der war es bleib doch da drück ich noch ein bisschen drück ich noch ein bisschen rrrrrrrrrm PC wechseln kann man dann gleich, ne? Ne! Ah! So. Dann kannst du die Matiz jetzt mal kurz ab. Ah! Nein. Dann kassieren. Was? Nein! Ich hab schon wieder die Märmel-Handpaste vergessen! Ja, aber deswegen brauchst du nicht nur einen Stern geben. Dein PC funktioniert, ja. Das ist die prima Sache. Du Arsch! Ich hab dir sogar noch richtig Geld gespart. Ach. Schlafen wir nicht mehr. Äh. Zwölf Tage, ja. Das ist okay. Ja, Postbote. Ich weiß. Ich hab so viele Aufträge. So. Ist das nicht die Mühle, die wir erst gestern gebaut haben? Ne. Ich dachte grad. Es sah ein bisschen so aus. Ich glaub das gleiche Gehäuse nur mit... Seitenscheibe. Äh. Seitenscheibe. Ach. Scheibe. Egal. Glas. Tempert Glas. Also. Auf 60 Gigabyte. Was haben wir drin? 8 Gigabyte GAMIX D102666. GAMIX D102666. Ich... Nicht, dass er nicht ausgebaut hat, oder? Hab ich denn im Endeffekt? Das wär jetzt natürlich top. Ne. Ich hab mir schlecht. 2.480 Meter. Scheiße. Mh. Also. Den. Gut. Was war hier zu tun? Auf 8 Gigabyte aufrüsten. Ich glaub das können wir sogar tun, ohne was zu bestellen. Ohne Staubreinigung. Hätte er ja auch gern noch. Ne gar nicht, genau. Machen wir jetzt halt weiter. Hier sind die ja top service, ne? Wir vergessen ja auch nie die Wärmleinpaste. Was würde niemals passieren? Nein, nein. Jetzt wär doch sauber. Geht doch. Hey, es ist der gleiche. Yeah. Wundervoll. Ja. Ja, damit. Rein da. So, was haben wir hier? Grafiker darauf rüsten. 79, dann kommt halt 89 Tiere. So, 89 Tiere stellen kommen. Warenkorb direkt liefern. Her damit. So, Grafiker rein. Was kommt da sonst noch hinten rein? Tsk. 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 Jetzt! Äh! Tsk. 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 So, der ist fertig. Ach, lass». Tsk. Den einstellen, der brauchte Speicher, Seiten mal wieder drauf, so, den fertig. Grafiker ersetzen, RAM ersetzen, wieder eine X470, scheinbar gehen die Dinger dauernd kaputt, so, ich glaube RAM ist einfach, haben wir noch ein bisschen was da, RAM von minderem, beruhig dich. Was hol ich da gerade raus? Das hab ich da gerade rausgeholt. 89, ne? Okay. Das war zwei Vierer, gar den weiß. Äh, die Grafikkarte. So, was? Erzeugt der Geiz. Und Speicher. So, Speicher. Dann sind wir noch 80Ti da rein. Vielleicht eine schöne Staubreinigung. So. Ist der nämlich auch gleich fertig? So. Sein Teil wieder drauf. PC-Lead-Betriebssystem. Wunderbar. Ist der denn fertig? Ne, der nicht. Ne, ich hab... Ne, ich hab... So, der geht auch noch 80Ti. Hade ich vorhin beflossen. So. 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 Und man drauf. Mann, die macht's. Keine Reinigung. PSU und VDD ersetzen. Und Grafikkarte. Aufrüsten. Ah, easy. Ja. So. 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 Einmal direkt da. Perfekt. Oh, ich hasse dieses Gehäuse. HDD ersetzen und eh. Das heißt, ich muss eine 3TB bestellen. Warum besteht dieses Gehäuse aus so vielen Schrauben? Nein, wollte ich doch gar nicht. Okay, also Corsair T550 ohne 3TB. Muss ich bestellen. Kommt das wieder rein und fertig. Her damit. Her mit dem Lachs. Rein da. Der Netzteil. Installieren. Nein, nicht die PCI-Abdeckung. Die PSU-Halterung. Ey, komm. Verarsch mich doch. So. So. Unsere First Blood. Ich speichere aber es nicht neben der First Blood. Die ist kaputt. Die können wir für zwei Mäuse verkaufen. Rein da. Kabel. So. Seitenwand. Natürlich erstmal die Falsche einsetzen. So macht man das richtig. Kann man den schon mal einschalten. Andere Seite drauf. Zauber gemacht. Wird auch nicht. Kann der Kunde selber machen. Oder soll uns von der Reinigung bezahlen. Achso. Ja. Äh. Betriebssystem kann ja gar nicht geladen werden. Haha. Warte mal was fehlt. Ein Betriebssystem. So. Dann erstmal ein Betriebssystem installieren. Juhu. Und da haben wir ein Betriebssystem. Weg mit der Mühle. Oh. Und da haben wir Kassieren. So. Nein. Oh. Die Untersten sind immer noch nicht unter das Wort. Wir Kassieren. Ah. Der ist unterwegs. Was war das? Kassieren. Yay. Wir kommen langsam über die 10er Serie. Weitere. Angesichts des du leistest hab ich mich auf hier ans Geschäft gestürzt. Hab hier in Marbella eine riesen Marktlücke aufgetan. Zu viel kann ich nicht verraten. Aber so muss es ja gesagt, das Geld wird jetzt fehlen mir nur noch ein paar Barmittel. So in Höhe von 5.000€. Im Gegenzug würdest du 10% von Tims super scharfe Rapetunen. Wir haben nicht so viel Kohle ne. Können wir uns grad noch nicht leisten. Wir müssen immer ein bisschen abkassieren hab ich das Gefühl. Hier. Da fehlen nur noch. Da. Hier machen wir ihn sauber. Ein bisschen abkassieren kann ich mal so. Dem können wir kassieren. Den können wir kassieren. Den können wir kassieren. Den können wir kassieren. Und diesen unterwegs. So. er hast du 5000 er ist okay glückwünsche zum jüngsten aktien ab 10 prozent von tims super schaffe ab und gehören jetzt dir wundervoll und ich muss 25 prozent besitzt dann raus aus der bude wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut schau